Heute decke ich einiges auf, was euch überraschen wird. Zum Beispiel, warum die Corona-Krise mindestens bis 2023 anhalten wird und warum es im Endeffekt dann sechs Impfungen pro EU-Bürger sein werden. Aber auch, warum die amerikanische Behörde für Arzneimittel, die FDA, die Impfdaten von Pfizer bis 2076 unter Verschluss halten möchte. Ja, ihr hört richtig. Oder warum in der größten Pandemie der Geschichte, warum in der Corona-Krise 8500 Intensivbetten in Deutschland abgebaut worden sind. What? Ja. Oder auch, schaut euch dieses Bild hier an, mit wem Usla von der Leyen hier so intensiv maskenlos kuschelt. All dies heute in diesem wichtigen Video und dass extrem viel Arbeit und Herzblut reingeflossen ist. Deswegen kann ich euch jetzt schon darum bitten, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und teilt dieses Video die Nachrichten. Die Wahrheit muss raus, weil wir sehen ja immer mehr und mehr, wie man nicht miteinander reden kann, wie die Gesellschaft immer weiter gespalten wird, aber wie auch das Narrativ von heute auf morgen kippen kann. Und deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Vorab, ich werde natürlich oft gefragt, hey Marc, wieso thematisierst du das Corona-Thema so oft? Ohne Not, weil es gibt ja keine Gewinner. Es gibt immer die eine extreme Meinung oder die andere extreme Meinung und die breite Mitte, die schweigt lieber, weil sonst wird sie verunglimpft und in das ein oder andere Lager gesteckt. Und ich muss einfach sagen, ich sehe es als meine politische, als meine demokratische Bürgerpflicht an. Und es ist auch ein Akt der Nächstenliebe, meine Mitmenschen zu informieren, was hier im Staate Dänemark oder vielmehr leider Deutschland falsch läuft. Wie hier kopflos die Politiker agieren, wie Millionen, Milliarden verschwendet werden und wie unser Wohlstand immer mehr in Gefahr gebracht hat. Weil jeder Lockdown, jede Spaltung der Gesellschaft führt natürlich zu Kollateralschäden, die wir alle im Endeffekt bezahlen müssen. Entweder durch Freiheitsrechte, die einem genommen werden, weniger Lebensqualität, aber auch natürlich weniger Moneta. Ja, und oftmals kommt dann der Vorwurf oder die Kritik, hey, bleib doch bei deiner Kernkompetenz oder hey, Sie sind doch gar kein Virologe. Wieso erlauben Sie sich überhaupt, über dieses Thema zu referieren? Sie haben doch keine Ahnung. Ja, das ist das Totschlagargument schlechthin. Also wenn man dann kein Epidemiologe oder Virologe ist, darf man nichts zu dem Thema sagen. Liebe Leute, das ist natürlich Humbug. Wenn man natürlich Fehlentwicklungen oder auch Lügen erkennt, dann sollte man die auf jeden Fall seinen Mitmenschen mitteilen und aufdecken. Und ich meine, ich möchte nur daran erinnern, die Journalisten, die Wirecard, Cum-Ex und die anderen Finanzskandale aufgedeckt haben, waren ja auch keine Banker oder Ökonomen. Trotzdem haben sie es aufgedeckt und deswegen war es ja nicht weniger wahr, oder? Also deswegen, klar, da draußen schwören viele Nachrichten rum, die vielleicht nicht stimmen. Deswegen immer verifizieren, überprüfen, die Quellen anschauen. Aber wir wissen doch alle intuitiv, dass da was falsch läuft. Also ich kenne ja auch viele Menschen, die jetzt auch sagen, vorher waren die eher so, okay, passt alles. Jetzt sagen die auch eher, doesn't add up. Das passt einfach nicht mehr alles zusammen. Deswegen ist es mir wirklich eine Herzensangelegenheit, mich auch um andere Themen zu kümmern, weil all das hat ja natürlich auch Einfluss auf die Finanzen. Wenn hier die Lieferketten zusammenbrechen, wenn ein weiterer Lockdown kommt, dann kann man sich vorstellen, wird es in dem Weihnachtsbaum relativ leer aussehen oder nächstes Jahr wird es ein oder andere Restaurant zu machen. Der Job ist in Gefahr, Steuern werden erhöht, der Aktienmarkt kann wieder sozusagen in die Knie gehen, etc. Aus dem Grund ist es wichtig, das ganzheitlich zu machen. So arbeite ich auch in der Honorarberatung. Die ganzheitliche Betrachtung, man kann nicht nur auf den Aktienmarkt schauen, man muss auch gucken, was passiert gesellschaftlich, was passiert politisch, was passiert steuerlich. Generell, man muss das gesamte Bild haben, the big picture, wie ich es immer nenne. Und diese einzelnen Puzzleteile muss man zusammenfügen, um dann das Gesamtbild zu bekommen, um dann auch zu wissen, wie bereite ich mich darauf vor. Auch monetär, aber auch mental. Und das ist meine Absicht, meine Intention. Deswegen dieses Video. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nach der Impfung ist vor der Impfung und nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Dieses Mal vielleicht nur für Geimpfte oder doch für alle, so wie es jetzt in Sachsen gefordert wird. Wir erleben gerade wieder mal ein komplettes Corona-Chaos. Die Politik ereifert sich im Aktionismus und die Gesellschaft wird immer weiter gespalten. Jetzt ist es die Pandemie der Ungeimpften. Drosten warnt vor weiteren 100.000 Toten und Wieler sagt, es wird ein ganz schlimmes Weihnachten. Ja, die Angststrategie ist wieder auf vollen Touren. Die Zahlen sind gestiegen. Konnte ja keiner erwarten, dass dann so in der kalten Jahreszeit Menschen wieder krank werden, nachdem sie auch ein Jahr lang ihr Immunsystem nicht darauf vorbereitet haben, was kommen kann. Ich möchte mal erwähnen, die Kinder liegen gerade viele krank zu Hause oder teilweise sogar im Krankenhaus wegen dem RSV-Virus. Wir haben uns einfach jeden Tag die Hände desinfiziert, haben Masken angehabt, das Immunsystem wurde nicht trainiert und jetzt haben wir den Salat. Aber die Politik hat natürlich die Zeit im Sommer wieder mal verstreichen lassen. Das zweite Jahr, es ist ein Versagen mit Ansage. Unabhängig davon, die Zahlen, die Inzidenzen steigen nach oben, die Krankenhäuser sind voll, die Intensivbetten werden immer weniger und das alles, obwohl ja schon 67% der Bevölkerung oder über 56 Millionen Menschen vollständig geimpft haben. Zudem kommen noch 5 Millionen Menschen dazu, die genesen sind. Und trotzdem steigen die Zahlen stärker als vor einem Jahr, als letztes Jahr, als wir noch keine Impfung hatten. Parallel hat man jetzt einen Lockdown für Ungeimpfte ausgesprochen, macht denen das Leben immer schwerer. Egal ob in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg oder Nordrhein-Westfalen Ungeimpften ist eigentlich die soziale Teilhabe verwehrt. Also die können nicht mehr ins Restaurant gehen, in Museen, ins Kino. Mal gucken, was als nächstes kommt. Und leider ist vieles von dem eingetreten, was ich hier im Kanal schon mit euch besprochen habe oder auch im Buch beschrieben habe. Ich hatte zum Beispiel dieses schöne Video nach dem Lockdown, ist vor dem Lockdown. Unbedingt angucken. Und es war absehbar, dass auch der nächste Lockdown kommen wird. Momentan sagt man erstmal nur für die Ungeimpften, aber das kann sich ganz schön ändern, wie ihr gleich sehen werdet. Ich habe es euch immer wieder gesagt, wir werden nicht mehr in der alten Welt aufwachen. Es gibt vor Corona und nach Corona. Und die Hoffnung, das Narrativ zu sagen, ach, wenn die Impfung da ist, wenn ich mir den Schuss gebe und so, dann werden wir wieder in die alte Welt zurückkommen können. Dann werden wir wieder unsere Freiheitsrechte zurückbekommen. All das war natürlich eine Lüge, Augenwischerei. Und schon wird das nächste schwarze Schaf herausgezogen. Damals war es die nicht vorhandene Impfung. Jetzt ist es dann halt zu wenig Impfung. Oder halt die Ungeimpften, die uns das alles verwehren. Also, man sieht, die Politik findet immer neuen Sündenbock, um diese Krise am Leben zu erhalten. Und es sollte wirklich jetzt jedem Einzelnen klar sein, dass wir in einem Transformationsprozess sind. Wir sehen, wie früher gefeierte Demokratien auf einmal gegen ihre eigenen Bürger vorgehen. Wenn ich sehe, Kunden von mir, die in Australien, Neuseeland oder Kanada leben, sagen, es ist ein Golden Cage, ein goldener Käfig, und dass es eher an einen Polizeistaat erinnert. Es gibt erschreckende Bilder aus den Ländern, wo Menschen am Strand teilweise, was weiß ich, verhaftet werden und so weiter. Also, da muss man schon fragen, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Freiheitsrechte werden nachhaltig einkassiert, auch bei uns. Und im Hintergrund wird die Krise als Chance genützt. So auch der Titel vom letzten Buch, die größte Chance aller Zeiten. Das haben gerade die Politiker für sich entdeckt. Und es werden Nägel mit Köpfen gemacht. Regularien, Gesetze, die unter normalen Umständen niemals möglich gewesen werden, werden jetzt verabschiedet und von uns stumm hingenommen und akzeptiert, weil es geht ja um unser Leben und um unser Überleben. Parallel werden wir getrennt, werden wir gespalten, weil der andere könnte uns ja anstecken, könnte uns gefährlich werden. Deswegen lieber keinen Kontakt. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Ich kann euch sagen, ich bin in den letzten Tagen, Wochen Vieh gereist, mit Zug, mit Auto, aber auch mit Flugzeug. Und es ist eine gespenstische Stille. Die Stimmung hat sich geändert. Man merkt die Angst, die Furcht. Man redet lieber nicht mit dem nebenan oder vor einem. Man ist vorsichtig, wägt immer ab. Könnte der mich umbringen? Hat ja das Coronavirus in mir. Also man hat es tatsächlich geschafft, die Menschen mundtot zu machen, zu separieren, zu trennen. Und es ist nicht mehr wie früher, dass man dann irgendwie in eine Unterhaltung kommt. Ganz, ganz selten. Aber man merkt schon da draußen, die Stimmung ist definitiv nicht mehr so wie früher. Lasst uns starten. Schauen wir uns mal die aktuelle Entwicklung an. Vorreiter ist momentan Österreich. Unsere lieben Nachbarn, bekannt für Almdudler, Kaiserschmarrn, Mozart und Mozartkugeln, Sissi, den österreichischen Prinz Charles, nämlich, also nicht Prinz Charming, sondern Herr Kurz. Und natürlich diesen einen Menschen aus Braunau, der damals schon versucht hat, gewisse Menschen auszusortieren, zu sondieren. Und jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir nämlich die Impfapartheit aus Österreich. Und da kann man wirklich nur sagen, seid ihr narrisch geworden. Denn seit dem 15. November sehen wir einen weiteren Meilenstein in der verfehlten Corona-Politik. Und Österreich hat als erstes Land einen Lockdown für Ungeimpfte implementiert. Die ganze Welt schüttelt den Kopf und sagt, hey, warum gerade aus Österreich? Habt ihr nicht aus der Geschichte gelernt? Kennt ihr nicht eure eigene Historie? Ja, was soll man sagen? Aber so krass es klingt, aber, haltet euch fest, ich bin für den Lockdown für Ungeimpfte. Ja, ihr hört richtig. Warum? Weil nur dann können wir die Pandemie bekämpfen und besiegen. Nein, Spaß beiseite natürlich nicht. Nein, weil dann könnten wir aufzeigen, dass es keine Pandemie der Ungeimpften ist, sondern dass wir eine Pandemie der Geimpften haben. Ja, weil wenn nämlich dann die Inzidenzzahlen hoch bleiben oder sogar steigen oder immer noch da sind, dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann wissen wir, die Impfung wirkt nicht und sie wirkt auch nicht so, wie es uns versprochen wurde. Darauf gehe ich nachher natürlich ein und zeige euch die Statistiken, die Zahlen. Es ist jetzt, wie gesagt, ein offenes Geheimnis, dass die Wirksamkeit definitiv nach ein paar Monaten nachlässt. Dann wäre diese Diskussion ein für alle Mal beendet. Dann werden wir einfach merken, Lockdowns bringen nichts. Nichtsdestotrotz greift man jetzt wieder zum altbewährten Mittel und hat einen neuen, ja, hat ein neues Bauernopfer gefunden, die bösen Ungeimpften. Nichtsdestotrotz, die ganze Welt schüttelt den Kopf, denn es war noch nie eine gute Idee, eine gewisse Gruppe in einer Bevölkerung auszugrenzen. Wo ist die Diversität? Wo ist die Akzeptanz? Da wird Diversität für alles gefordert. Also Männer, die Hunde lieben und Männer mit Penissen, Frauen mit Penissen, Männer mit Penissen, Frauen, Männer mit Brüsten, Frauen mit Bart, etc. pp. Aber dann, wenn es gegen Geimpfte und Ungeimpfte geht, daher hört die Diversität einfach auf. Der Gesundheitsminister Österreichs, Wolfgang Mückstein von der Grünen Partei, fordert aber sogar jetzt den Lockdown auch für die Geimpften an, nämlich mit einer Ausgangssperre. Er sagt es ganz klar, es wird auch für geimpfte Personen nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben. Also von wegen mit der Impfung habt ihr wieder eure Freiheiten zurück. Pustekuchen. Und die Panik und die Angst wird weiter vorangetrieben. Sehr perfide, wie ich finde. Auch hier wieder aus Österreich. Im Turbomodus sagt die Dorothee doch glatt, es wird drei Gs geben in sechs Monaten. Dann ist man entweder geimpft, genesen oder gestorben. Diese drei Varianten hat man. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also wirklich krass, krass, krass. Was soll ich sagen? Es wird immer radikaler. Es gibt keinen Diskurs mehr. Man geht nicht mehr aufeinander zu. Ihr werdet es wahrscheinlich auch aus eurem eigenen Bekanntenkreis sehen. Diejenigen, die geimpft sind, diejenigen, die ungeimpft sind, haben teilweise gute Argumente, teilweise schlechte Argumente, wie es eben auch sei. Es gibt keinen Konsens mehr. Es gibt keinen Aufeinanderzugang mehr. Die Debattenkultur ist komplett flötengegangen. Teilweise wird es einsam um einen, wenn man dann Freunde verliert oder auch wenn die Nachbarn oder die Familie nicht mehr sehen möchte, weil man entweder in die eine oder andere Richtung tendiert. Also nochmal, ich bin dafür, jeder kann frei entscheiden, was er macht. Jeder kann frei entscheiden, will er sich impfen lassen, ja oder nein. Ist Privatsache, ist private Entscheidung. Man kann die Zahlen herannehmen, man kann gucken, in welcher Altersgruppe bin ich, wie groß ist die Gefahr, dass ich daran sterbe oder ins Krankenhaus komme und so weiter und wie sicher ist der Impfstoff. All das sind ja natürlich Parameter, die man heranziehen muss und dann kann man das auch akzeptieren. Und ich akzeptiere alles und toleriere alles. Wenn jemand sagt, er möchte sich impfen lassen, darf er das machen. Wenn jemand sagt, er will sich nicht impfen lassen, habe ich auch dafür Verständnis. Davon lebt doch eine pluralistische Demokratie. Ja, aber auch in Deutschland werden natürlich Nägel mit Köpfen gemacht, wird diese Krise aktiv genützt und man bereitet auch schon die Impfpflicht vor. Und ich sage euch jetzt schon eins, ich glaube, die Impfpflicht kommt. Die Impfpflicht wird nämlich jetzt vorbereitet auf breiter Front, begonnen natürlich mit dem Pflegepersonal oder hier die Impfpflicht für Pflegeheime und Kitas soll kommen. Erstmal die Pflegeberufe, die Ärzte, die Lehrer, die Beamten etc. PP, so häppchenweise, schrittweise. Und das Narrativ wird schon in den Medien breit gestreut. Egal ob MyLab hier zum Beispiel oder in den Tagesthemen Impfpflicht für alle, das wäre jetzt die faireste Lösung. Kleiner Fairverweis, das ist ein Artikel aus dem Spiegel und da hat sich auch wieder was Spannendes getan, nämlich im Oktober, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere mitbekommen hat, aber die Bill und Melinda Gates Stiftung, die sich zwar als getrennt haben, aber die Stiftung heißt immer noch so, hat dem Spiegel wieder einmal Geld gespendet, nämlich 2,9 Millionen Euro. Das wird der Spiegel bekommen in 41 Monatsraten. Und, das ist jetzt kein Spaß oder Scherz, nein, es geht darum, man soll gegen die Spaltung sozusagen oder über die Spaltung in der Gesellschaft berichten und zwar weltweit. Also, ja, okay, finde ich gut, aber man darf auch nicht vergessen, vielleicht gibt es auch noch einen anderen Hintergedanken von Bill Gates und vielleicht auch deswegen ist der Spiegel so einseitig tendenziös, teilweise in der Berichterstattung, wenn es um das Thema Impfen oder Corona geht, denn die Stiftung von Bill Gates vergibt jährlich 4 Milliarden Euro an Fördergelder, vor allem im Bereich Armutsbekämpfung, aber auch um die globale Gesundheit voranzutreiben. Und Bill Gates hat ja schon vor Jahren gesagt, er möchte mit seinem Investment in Pharmaunternehmen, die Impfungen herstellen, er ist ein großer Impfbefürworter, 20x Rendite machen, also eine Verzwanzigfachung. Hat er auch geschafft, er ist zum Beispiel einer der größten Investoren bei Biontech, da ist er frühzeitig eingestiegen, da hatten die noch gar keinen Impfstoff, da gab es noch kein Corona und jetzt hat sich sein Vermögen diesbezüglich natürlich nach oben katapultiert, also er hat mindestens 20x bei Biontech gemacht, weil seine Aktien jetzt wahrscheinlich über eine Milliarde wert sind oder mehr, wer weiß. Er hat aber auch über seine Stiftung 750 Millionen Dollar in die Impfallianz Gavi investiert, damit die überhaupt gegründet werden konnte. Und Gavi macht sich weltweit stark natürlich für Impfungen, was natürlich gut ist, also in Afrika irgendwelche Impfungen gegen Polio, Masern und so weiter, alles schön und gut, aber natürlich auch im Bereich auf Corona. Also vielleicht ist da auch eine Art Hintergedanken von Bill Gates, dass er da dann doch noch ein bisschen mitverdient, wenn hier Milliarden Menschen geimpft werden. Oder er ist doch ein Altroist, dürft ihr alle selber entscheiden. Ich finde es nur gefährlich, wenn dann praktisch Journalisten, Unternehmen, also wenn ein Medium wie der Spiegel nicht allein sich finanzieren kann durch Werbeeinnahmen, durch Abonnements und dann auf Stiftungen sozusagen zurückgreift und hier natürlich auch intrinsischen Gedanken dahinter haben, hat das ein Geschmäckle. Man muss natürlich beobachten, inwiefern sich die Berichterstattung des Spiegels weiterentwickelt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere Bericht platziert wird. Das ist wie, wenn ich eine Werbung kaufe. Wenn ich 2,9 Millionen Werbeanzeigen schalte, kann ich natürlich auch das Narrativ ändern. Also macht euch euer eigenes Bild. Und dann habe ich einen Bericht entdeckt vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, der war dann schon der Hammer, nämlich wird man bald eingesammelt von der Polizei, um zum Impfen gebracht zu werden. Ja, also da kommen mir ganz schlimme Vergleiche in den Kopf. Aber, das darf man nicht sagen, da wird man ja in eine gewisse Ecke gestellt. Aber es ist alles absurd geworden, wenn man schon solche Forderungen oder Headlines liest. Und diejenigen, die am meisten für sich die Toleranz gebucht haben, sind die intolerantesten und schreien und brüllen am lautesten. Aus dem Bericht interessanter Absatz. Unsere Politiker möchten offensichtlich keine mündigen eigenverantwortlichen Bürger, sondern Untertanen, die sie nach Belieben und teilweise auch ohne Angabe von relevanten Gründen gängeln können. Aber fast noch schlimmer finde ich, dass die breite Masse sich in diesem unsäglichen Zustand sehr wohlzufühlen scheint. Egal mit wem man sich unterhält, ob nun der Bäcker oder der Metzger ums Eck, der Großgastronom oder jemand aus einem anderen Dienstleistungssektor, alle sagen dasselbe, ich finde keine Leute. Kein Mensch hat mehr Bock zu arbeiten. Die Art und Weise, wie die Politik ungerechtfertigt Druck auf die Ungeimpften ausübt, sie versucht aus der Gesellschaft auszugrenzen und damit die tiefe Spaltung in der Gesellschaft weiter vorantreibt, ist einfach nur unerträglich und infam. Paradox ist ja natürlich auch, dass die Politik momentan versucht, die Ungeimpften davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen, während man die doppelt Geimpften jetzt davon überzeugen muss, die dritte Impfung machen zu lassen, weil die ersten zwei Anwirksamkeit abnehmen. Ja, das ist ein schwieriges Unterfangen und natürlich wächst die Skepsis, wenn man sieht, als vielleicht Ungeimpfter, dass die Impfung Nebenwirkungen hat, dass man vielleicht sogar schon Corona hatte, genesen ist und dann jetzt auch Antikörper hat und so weiter. Natürlich, also wie gesagt, muss man auch in Betracht ziehen. Fakt ist aber, der Ton wird schroffer und jetzt wird sogar ein Berufsverbot für einzelne Gruppen gefordert, die ungeimpft sind. Die Uni Essen stellt keine ungeimpften Pflegekräfte mehr ein, aber hier, Kimmich, das Video, müsst ihr unbedingt anschauen, habe ich ja gemacht, war ein großer Erfolg und ging auch viral. Jetzt sagt Montgomery, der Chef des Weltärzteverbandes, er fordert eigentlich ein Berufsverbot für gewisse Berufsgruppen aus, zum Beispiel, Kimmich sollte einfach nicht mehr spielen dürfen. What? Auch das hatten wir schon mal in der Vergangenheit zwischen 1933 und 1945, dass man nicht arbeiten durfte, wenn man irgendwie einen anderen Glauben hatte. Also das ist eine brandgefährliche Entwicklung, da müssten doch allen Journalisten die Warnsignale angehen, was hier gerade passiert. Ich habe es damals prognostiziert und jetzt ist es soweit, jetzt wird es gefordert. Er fordert ganz klar keine Impfung, keinen Einsatz und damit ein Berufsverbot. Noch krasser war aber seine Aussage bei Anne Will, nämlich er hat gesagt, wir haben eine Tyrannei der Ungeimpften. Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das Zweidrittel der Geimpften bestimmen. Ja, damit wird natürlich noch mehr Benzin ins Feuer gegossen, da wird die Spaltung noch weiter vorangetrieben, dann können dann in Zukunft diejenigen, die sich dem sozusagen erfreuen, nehmen das dann natürlich dankend auf und werden dann die Ungeimpften verunglimpfen oder bestrafen oder was auch immer. Es sehen wir nicht vielleicht eher die Tyrannei einer inkompetenten Politik, die über uns alle bestimmt und uns irgendwelche Maßnahmen willkürlich aufbürdet. Das wird auch auch mal eine Frage, die man diskutieren könnte, Herr Montgomery. Kommen wir zum Thema Intensivbetten, weil das ist ja auch immer wieder einer der Gründe, die uns jetzt gegeben werden, dass wir noch härtere Maßnahmen unternehmen müssen. Die Intensivbetten sind an der Belastungsgrenze. Bitte bedenkt daran, das war vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr auch schon der Fall. Damals kam heraus, dass es eine große Lüge war. Das war die Intensivbettenlüge, könnt ihr googeln. Da gibt es Berichte vom Sommer, nämlich es gab falsche monetäre Anreize, bis zu 50.000 Euro pro Intensivbett und die Krankenhäuser hatten dann ein intrinsisches Interesse. Natürlich dementsprechend hat auch der Bundesrechnungshof gesagt, das war gar nicht so der Fall. Also die Intensivbettenbelastung war nicht wie gegeben. Es war Panikmache und es war halt einfach ein wirtschaftlicher Grund dahinter. Und wie ich immer wieder gesagt habe, auch in verschiedenen Videos, ihr könnt gerne in die Playlist durchgucken, das Problem waren nicht zu wenig Betten, es war zu wenig Fachpersonal. Das ist der Flaschenhals. Und das ist jetzt wieder so. Viele haben Angst, wollen sie nicht impfen lassen, gehen dann lieber freiwillig oder werden gegangen. Andere suchen sich einen anderen Job, weil mit 150, 200, 300 Überstunden droht die Scheidung, sieht man die Kinder kaum noch, kommt in Depressionen und will auch mal irgendwie wieder leben. Dass viele gesagt haben, hey, da gehe ich lieber irgendwo anders hin mit geregelten Arbeitszeiten. Osteuropäer sind teilweise heimgegangen zu ihren Familien während des Lockdowns und so weiter. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir einen Personalmangel haben. Aber Fakt ist, die Politik hat wieder versagt, hat diese wertvolle Zeit verstreichen lassen, hat keine Einreize geschaffen, Pflegepersonal zu organisieren, auszubilden und so weiter. Und jetzt sagt man, ach, die Ungeimpften sind schuld daran. Also das ist ein bisschen einseitig und sehr, sehr tendenziös und spalterisch natürlich. Denn diese wirtschaftlichen Interessen spielen tatsächlich eine Rolle, wie auch Mediziner Professor Klaus-Dieter Zastrow in einem Interview erklärt hat. Und er sagt, oh Ton, Intensivstationen müssen voll sein. Sonst sind sie für die Kliniken einfach nicht wirtschaftlich, also unwirtschaftlich. Eine hohe Auslastung allein sei kein Grund zur Angst, sagt Zastrow. Denn die Wahrheit ist auch, rund die Hälfte der Patienten fällt in die Kategorie Low Care und könnte im Extremfall auch auf andere Stationen verlegt werden. Hm, interessant. Von einem Insider. Was aber noch viel krasser ist und das ist Fakt. Seit September 2020 wurden in Deutschland 8500 Betten abgebaut. What? Ja. Und das in der größten Corona-Krise aller Zeiten. Und das sind die Daten des RKI und des DIVI, des Intensivregisters. Die Links findet ihr alle unten unter der Beschreibung natürlich. Am 9.9.2020 hatten wir 30.658 Intensivbetten. Ja. Und jetzt sind es noch 22.113. Macht Sinn, ne? In Baden-Württemberg, also in meinem Bundesland, wurden in den letzten zwölf Monaten 338 Betten abgebaut. In den letzten 18 Monaten sogar 1.374. All das könnt ihr nachlesen im Intensivregister. Übrigens, in Thüringen wurden in den letzten 18 Monaten 410 Betten abgebaut. Und das habe ich auch Bodo gefragt. Nicht Bodo, den Baggerfahrer, sondern Bodo Ramelow, den Ministerpräsidenten. Auf Twitter. Faktencheck zu Bodo Ramelow. Denn laut dem linken Ministerpräsidenten von Thüringen hat der Landkreis Sonneberg eine Inzidenz von knapp 700. Und damit die dritthöchste gemessene Inzidenz in allen Landkreisen. Aber diese Zahl muss relativiert werden, wenn man sich das genau anschaut, auf den offiziellen Webseiten des Landes Thüringen. Aus den Daten geht nämlich weder hervor, ob jemand mit oder wegen Covid eingeliefert wurde, ob jemand geimpft oder ungeimpft ist, sowie ob jemand Vorerkrankungen hat. Fakt ist aber, in den sieben Tagen in diesem Zeitraum, der auf der Webseite zu sehen ist, wurden in Sonneberg zwei Patienten mit positiven Covid-Tests eingeliefert. Und die Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,8. Das relativiert natürlich schon mal das Ganze. Aber anscheinend möchte man hier Nägel mit Köpfen machen. Ende vom Lied war, nachdem er dann ein bisschen mit mir sich gekappelt hat auf Twitter und ich ihn immer darauf festgenagelt habe, er soll doch bitte die Daten und Fakten checken und festlegen, welche Patienten wurden eingeliefert. Wichtig wäre natürlich mit oder wegen Covid. dann natürlich geimpft oder ungeimpft und natürlich gab es Vorerkrankungen. Darauf hatte er keine Antwort. Wie wir jetzt ja wissen, durch das RKI, aber auch durch andere Institutionen wurde bisher nicht erfasst, ob jemand im Krankenhaus geimpft oder ungeimpft war. Ende vom Lied war, ich habe jetzt einen Freund weniger, nämlich er hat mich geblockt. Und das, obwohl er doch immer für Offenheit steht, wie hier auf seinem Wahlplakat. Ja, es sind halt Heuchler, Berufspolitiker. Was erwartet man schon? Wenn man denen mit Fakten kommt, das mögen die gar nicht. Aber schauen wir uns mal die Auslastung der Intensivbetten in den anderen Bundesländern an. Blau ist frei, rosa ist andere Krankheiten und dunkelrote Streifen dazwischen ist Covid-19. Also weniger als 5% der Intensivbetten sind mit Corona-Patienten belegt. Trotzdem hat man die Betten um über 20% reduziert. Läuft, würde ich sagen. Das RKI hat berichtet, dass wir immer mehr Impfdurchbrüche sehen. Also dass Geimpfte auf Intensivstationen im Oktober stark gestiegen sind auf 21%. Bei den über 60-Jährigen sogar 33% klar. Das war die Risikogruppe, die haben sich zuerst impfen lassen vor langer Zeit und der Impfstoff nimmt ja an Wirksamkeit deutlich ab. Ungefähr 8% pro Monat. Da habe ich gleich auch noch ein schönes Schaubild dazu. Fakt ist aber, wir hatten jetzt sogar schon bis zu 50% Impfdurchbrüche oder halt dann doppelt geimpfte ältere Herrschaften, die dann ins Krankenhaus eingeliefert werden mit Corona. Noch viel spannender ist ein Bericht aus Großbritannien und zwar vom Gesundheitsministerium. Dort liegen in den Krankenhäusern mehrheitlich geimpfte Personen. Zwei Drittel, also 66% in Großbritannien, die jetzt auf der Intensivstation liegen, sind geimpft. Da sehen wir also eher eine Pandemie der Geimpften wohl. In Belgien sind es sogar 70% Geimpfte, die im Krankenhaus liegen. Wir sehen, wie das Narrativ nicht mehr aufrecht gehalten werden kann, wenn Söder sagt, hier, was ich, alle Patienten sind irgendwie ungeimpft und so weiter. Es ist schlichtweg eine Lüge. Hier ein sehr guter und, wie ich finde, fundierter Anruf in einer Sendung von Phoenix. Ja, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe Ihnen konzentriert zugehört und ich bin schockiert. Ganz am Ende kamen zwei Hinweise, dass man sich auf die Zahlen nicht verlassen kann. Vielleicht allenfalls der Tendenz absehen. Zwischendurch wurde auch gesagt, dass die Geimpften, gerade die Doppeltgeimpften, sogenannte Impfdurchbrüche haben. Ich bin schockiert, dass sie so tun, als hätte das nichts mit dem Impfstoff zu tun. Und der Herr Wüst, von dem ich nichts Schlechtes hielt, hat sich geäußert, die Ungeimpften würden quasi die Inzidenzrate erzeugen. Also auch die Impfdurchbrüche. Dabei ist es doch genau umgekehrt. Untaugliche Impfstoffe bringen höhere Inzidenzen hervor. Und dann noch ein Letztes aus dem großen Dschungel der widersprüchlichen Fakten. Die Universität Duisburg-Essen hat am 24. 6. bekannt gegeben, nach einer Forschung, dass der PCR-Test, auf dem all ihre Expertisen beruhen, all ihre Politik beruhen, zu 80% falsch positiv wäre. Ein deutscher Hersteller hat gesagt, 50%. Aber darauf kann man doch keine Hygienepolitik bauen. Glauben Sie, ich hole mir jetzt einen Booster oder auch nur einen Impfstoff, nachdem nach den öffentlichen Zahlen die Kampagne total gescheitert ist, da müsste man ja total bekloppt sein. Und das wollen Sie jetzt weitertragen und verschärfen mit Strafen, mit Auflagen, alles Richtung, die Ungeimpften sind schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Schauen wir uns kurz die Impfung an. Also, wie schon oft besprochen, die Impfung lässt an Wirksamkeit nach. Dabei wurde uns doch die Impfung versprochen. Ende letzten Jahres, als die Impfung dann kam, wurde gesagt, hey, das ist die Lösung für alles. Ihr werdet eure Freiheitsrechte zurückbekommen, alles ist gut, es tut ja wie früher. Wir brauchen nur rund 60% der Bevölkerung impfen, dann haben wir Herdenimmunität. Die haben wir jetzt sogar überschritten. Das RKI geht davon aus, dass mehr geimpft sind als offiziell gemeldet. Aber jetzt müssen auf einmal 80, 90, am besten alle geimpft werden. Es hieß auch, die Impfstoffe sind alle sicher. Es hieß auch, man ist komplett immunisiert. Es hieß, man hat einen 90%igen Schutz. Wer zweifach geimpft ist, ist komplett immunisiert, muss sich keine Gedanken mehr machen. All das waren leider Lügen. Da kommen bestimmte ein oder andere Kritiker und sagen, ja, wusste man nicht, war nicht, ist ja alles eine Trial Period. Deswegen werden Impfungen erst mal langfristig getestet und nicht übers Knie gebrochen. Und weil man das wusste, hat man sich wahrscheinlich in den Geheimverträgen aus der Haftung nehmen lassen. Und nachdem uns Spahn, Wieler, Lauterbach und wie sie alle heißen Trosten diese Impfung als absolut sicher und wirksam verkauft hatten, kommt jetzt heraus, dass jeden Monat die Wirksamkeit abnimmt. Frage ist auch, was macht eigentlich ein Genesener? Muss der sich impfen lassen? Warum hält das Genesen-Zertifikat nur sechs Monate? Hat das die Politik ausgewürfelt oder Schnick-Schnack-Schnuck gespielt und Lauterbach hat gewonnen, hat gesagt sechs Monate. Geimpft heißt ja auch jetzt ungeimpft. Söder fordert ja schon, dass man dann nach sechs Monaten seinen Pass wieder abgeben muss oder erneuern muss. Und warum werden einfach keine Antikörper-Tests gemacht, um zu gucken, wie hoch die Antikörper noch im Blut sind? Bei den Genesenen? Vielleicht sind die für immer immunisiert. Wer weiß. Fakt ist, die Impfung ist nicht das, was uns versprochen wurde. Hier, Fautsch zum Beispiel. Ganz klar, hat er gesagt, hier, alle drei Vakzine, alle drei Impfstoffe sind 100 Prozent effektiv, also wirksam gegen Tod und gegen, dass nicht ins Hotel, würde ich schon sagen, ins Krankenhaus kommt. Und das war eine offensichtliche Lüge. Und wenn alles so sicher und bedenkenlos ist, warum gibt es Geheimverträge? Ich kann es nur noch mal untermauern. Ich hatte es auch schon im Kimmich-Video erwähnt, aber das hat einfach ein Geschmäckli, wie der Schwabe sagt. Warum wird dieser Vertrag nicht öffentlich gemacht? Warum heißt es in dem Vertrag, dass der Käufer, also die EU, sich bereit erklärt, Pfizer, BioNTech und die verbundenen Unternehmen von und gegen alle Klagen, Ansprüche, Aktionen, Forderungen, Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten, Abfindungen, Strafen, Bußgelder, Kosten, Ausgaben, freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten? Was ist das für ein scheiß Vertrag? Die haben euch über den Tisch gezogen, Ursel. So, hier, jetzt mal gucken, ganz wichtiger Chart, wie lange wirken denn die Impfungen? Das ist aus, das ist von Spektrum und da sehen wir einfach ganz deutlich, wie alle Impfstoffe einfach an Wirksamkeit über die Monate verlieren. Am drastischsten natürlich AstraZeneca, aber auch BioNTech hat einen krassen Abfall nach zwei Monaten und ja, Fakt ist einfach, nach sechs Monaten liegen wir unter 50 Prozent. Aber dann kam ja der absolute Hammer, nämlich vor einigen Tagen hat die STIKO, also die Impfkommission, gesagt, Stopp, wir dürfen für die unter 30-Jährigen nur noch BioNTech-Impfungen verabreichen, weil alle anderen Impfstoffe als AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna und so weiter, die haben Nebenwirkungen. das könnte Herzmuskelentzündungen, Thrombosen etc. pp. Okay, krass, ja, wurde uns auch anders verkauft. Dann waren doch Joshua Kimmichs Bedenken gerechtfertigt. Gab es da dann irgendwie von der breiten Massen Entschuldigung von der Kanzlerin oder von Siebert, der in der Pressekonferenz der Bundesregierung ja, ermahnt hat, jetzt mal bitte die Daten zu lesen und sich eines Besseren belehren zu lassen? Nichts, da nun kann. Nein, ganz im Gegenteil, er wurde weiter diffamiert, weiter durch den Kakao gezogen. Fakt ist, er hatte wohl recht, er hatte Bedenken. Schau das Video an, hier zu Kimmich, das ich gemacht habe. Teil das kräftig, weil er hatte einfach gesagt, hey, Langzeitfolgen, erstmal abwarten und so weiter und ziehe da, er hatte wohl recht mit seinen Bedenken. Aber, wie gesagt, egal, er wird bald durch den Kakao gezogen, weil dann kam natürlich diese Headline, ungeimpfter Kimmich in Quarantäne. Ja, lieber Spiegel, geht es noch tendenziöser? Geht es noch einseitiger? Was ist mit dem doppelt geimpften Süle, der sich an Corona angesteckt hatte? Warum wird der nicht auf die Frontpage irgendwie genommen? Fakt ist, es gibt gerade einige Unruhe im Fußballbereich, auch hier die Berliner Zeitung hat es erkannt, auch das ist nicht gerade Vertrauenserwecken, dass sich gerade Probleme bei Fußballspielern häufen. Aber, kommen wir zurück zur Empfehlung der STIKO, also nur noch Biontech an, die unter 30-Jährigen zu verimpfen. Jetzt wird es richtig spannend, denn am selben Tag, wie die STIKO diese Empfehlung ausgesprochen hat, hat man in Taiwan genau das Gegenteil gemacht. Man hat die Impfung bei den 12- bis 17-Jährigen von Biontech gestoppt. Also die Zweitimpfung. Warum? Wegen Komplikationen, wegen Nebenwirkungen, wegen Reaktionen. Man kann es sich nicht ausdenken, was hier gerade passiert. Es ist einfach ein neuer Impfstoff und Kimmichs Sorge war berechtigt. Wir sehen, die Wirksamkeit lässt nach, nach sechs Monaten teilweise nicht mehr zu messen und vielleicht hat aus dem Grund Ursula von der Leyen, die nicht gewählte, nicht demokratisch legitimierte EU-Kommissionspräsidentin, 1,8 Milliarden Dosen bis 2023 bestellt. Und auch nicht wirklich Vertrauenserwecken, das ist natürlich diese Nachricht, die ich euch schon angedeutet habe im Einspieler, nämlich, dass die FDA, die Food and Drug Agency in den USA, die Gesundheitsbehörde, die Daten zur Impfung von Pfizer bis 2076 unter Verschluss halten möchte. What? Ja, den Bericht findet ihr hier und natürlich unten werde ich ihn verlinken. Auch die maskieren natürlich, wie diese Unternehmen, diese Pharma-Riesen arbeiten. Fakt ist ja immer, muss man sich ganz klarstellen, die Zielgruppe sind Kranke. Also kein Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt möchte, dass alle Menschen gesund sind. Never ever. Dann wären die pleite. Gut, erstmal das vorausgestellt. Aber Johnson & Johnson wurde jetzt zu einer großen Summe verurteilt, weil man hatte einem Babypuder Asbest zugefügt. Ja, genau. Das hat man nicht einatmen, da hat man da ins Puder reingemacht und so, alles, Skalierung des Profits und so, Maximierung des Gewinns. Und statt irgendwie diese Strafe anzunehmen, sagt man, nee, wir umgehen die lieber, wir melden Insolvenz an. Und das ist ein Trick, um diese Schadenszahlung zu umgehen. Und das ist asozial und sittenwidrig. Man begeht eigentlich ein Verbrechen, wird verurteilt zu einer Geldstrafe, hat wahrscheinlich tausende von Kindern geschädigt und dann sagt man einfach, komm, ich melde Insolvenz an, dann spare ich mir die Kohle. Ist billiger, als die Milliarden zu zahlen. What the fuck. Und denen sollen wir trauen? Hm, all das ist nicht gerade förderlich natürlich und vertrauenserweckend. Kleiner Querschuss, nämlich, ich hatte in einem Streitgespräch im Spiegel mit dem ehemaligen Wirtschaftsweißen Peter Bofinger die Herdenimmunität erwähnt. Weil für mich war einfach klar, wir werden die Herdenimmunität nicht durch die Impfung bekommen. Ist so. Gut, warum, habe ich im Gespräch aufgezeigt, aber was wurde ich geschlachtet? Und siehe da, auf einmal ist es doch möglich, dass man ohne sich durchimpfen zu lassen Herdenimmunität erreicht, nämlich schauen wir nach Afrika. Da sind wir geringe Fallzahlen, wir sehen leere Krankenhäuser, trotz niedriger Impfquote und es wird vom Spiegel das afrikanische Corona-Wunder genannt. Pff, mindblowing. Erst hat man noch gedroht, oh, Afrika, das war's, ausgestorben und jetzt, seht ihr da, es ist das afrikanische Corona-Wunder. Halleluja, es ist Weihnachten. Ich will noch mal kurz zu Ursula von der Leyen zurück. Das kommt meine Lieblingspolitikerin, bekannt durch Erfolge wie zum Beispiel die Berateraffäre der Bundeswehr oder Diensthandy und Laptop, leider gelöscht, bevor sie es abgeben musste. Aber natürlich der Klassiker auch, dass sie undemokratisch als EU-Kommissionspräsident eingesetzt wurde oder natürlich auch, dass sie die EU-Verfassung gebraucht hat mit dem Wiederaufbau vor und natürlich ganz berühmt ihre Reise von Wien nach Bratislava, 47 Kilometer mit dem Flugzeug, während sie sagt, wir müssen in Lockdown und ihr dürft nicht mehr reisen, weil die CO2-Bilanz negativ ist. Und da habe ich jetzt ein Foto gefunden, schaut mal, dieses süße Paar, oh, wie sie kuscheln, ohne Abstand zu halten, ohne Mundschutz. Klar, es ist ihr Mann, wahrscheinlich deswegen, kein Mundschutz, keine Maske, nichts. Nein, ist es nicht. Es ist, haltet euch fest, ihr werdet niemals drauf kommen, es ist der CEO von Pfizer. Genau der, bei dem sie 1,8 Milliarden Impfdosen bestellt hat, mit dem kuschelt sie ganz süß und zwar bei einer Preisverleihung. Ja, der Chef von Pfizer hat einen Preis gewonnen vom Atlantic Council. Das ist auch so eine Lobbygesellschaft, habe ich im Buch auch beschrieben. Wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, hier die Chance. Ihr könnt, Hörbuch oder natürlich auch mein sechsten Bestseller erwerben, bei mark-friedrich.de mit persönlicher Widmung, mit Weihnachtsbaum und mit Signatur. Einfach auf den Shop gehen, bestellen. Auch die anderen Bücher von mir sind alle erhältlich. Top Weihnachtsgeschenk mit maximalem Mehrwert. Und jetzt kommen wir auch zu der Sache, warum die Krise bis 2023 anhalten wird. Zwei Gründe. Erstens, die EU hat 1,8 Milliarden Dosen bestellt, das heißt, bei sechs Impfungen reicht es bis 2023, wenn wir alle sechs Monate geimpft werden müssen. Das heißt, die nächste Impfung ist dann irgendwann im Sommer, 2022, dann Winter, 2023, 2021 die fünfte und die sechste und letzte dann wieder im Sommer 2023. Aus dem Grund hat man für die 300 Millionen erwachsenen Bürger in der EU jetzt schon 1,8 Milliarden Dosen bestellt. Das bedeutet, man wusste schon vorher, dass die Wirksamkeit nicht gegeben ist. Aus dem Grund hat man sich aus der Haftung nehmen lassen. Es ist perfide, es ist pervers, man hat uns immer sozusagen hinters Licht geführt, man hat uns angelogen, es war Augenwischerei, Sand in die Augen gestreut und gesagt, hey, diesmal wirkt es, diesmal wirkt es, diesmal wirkt es, aber diesmal wirklich, ich verspreche es, großes Indianer Ehrenwort, Bump. Und deswegen bekommen ja jetzt auch doppelt geimpfte und sogar geboosterte Corona und werden krank, weil der Wirkstoff einfach nicht erprobt ist und nicht langfristig funktioniert und stark abnimmt in der Wirksamkeit. Und deswegen muss man jetzt ein Impfabo lösen bis 2023 und vielleicht sogar darüber hinaus. Spannenderweise hat von der Leyen auch all ihre Korrespondenz und zwar E-Mails als auch Chatnachrichten auf WhatsApp und so weiter mit dem CEO von Pfizer gelöscht. Ja, ihr hört richtig, hey, macht euch keine Sorgen, die sind alle altruistisch eingestellt, die wollen nur unser Bestes, es geht wirklich um unsere Gesundheit. Ja, und jetzt zeige ich euch noch was auf, warum 1,8 Milliarden Dosen bestellt wurden, warum 6 Impfungen werden insgesamt und zwar dieses Dokument vom RKI wurde am 23. August 2021 erstellt und selbst am 3. 9. 2021 geändert. Mein Geburtstag. Hm. Die Empfehlung für die dritte Impfung, der sogenannte Booster, ist jedoch erst am 18. 10. durch die STIKO veröffentlicht worden. Also, man hat es schon vorbereitet. 6 Wochen vorher. Merkt ihr nicht, dass es hier die Matrix ist? Red Pill, Blue Pill? Man muss sich also wirklich fragen, wieso das RKI 6 Wochen vorher die Empfehlung der STIKO zur Impfung, der dritten Booster-Impfung, in ein offizielles Formular aufgenommen hat. Und nicht nur das, sondern auch die vierte, fünfte und sechste Impfung. Ihr hört richtig. Das heißt, bis 2023 ist es schon durchgeplant. Die Frage ist natürlich, diejenigen, die jetzt schon geimpft sind, werden die sich nochmal impfen lassen? Bleiben die dabei? Wird man noch skeptischer? Fakt ist, es besteht wohl keine Absicht, irgendjemand wieder zur Normalität zurückzukommen. Die Corona-Krise wird uns noch Jahre begleiten und natürlich auch mit all ihren Kollateralschäden. Wirtschaftlich, aber auch menschlich. Und einer, das gewagt hat anzusprechen, der auch diesen ominösen Geheimvertrag wirklich mit Wut zitiert hat, ist ein rumänischer EU-Abgeordneter. So sieht zum Beispiel der Vertrag aus, den die EU-Abgeordneten bekommen haben, geschwärzt. What the fuck? Das Video muss man anschauen, ich bleibe unten verlinken, hier noch ein kleiner Ausschnitt. Und ich zeige euch nur die Pages. Diese sind die Pages. Und jetzt kommt die Booster-Impfung und das ist wichtig, sie haben schon Millionen weltweit bekommen, aber wisst ihr, auf welcher Grundlage diese Booster-Impfung verabreicht wird? Es ist nur eine bedingte Marktzulassung und für diese bedingte Marktzulassung wurde ein Test durchgeführt von Pfizer, jetzt halt euch fest, an drei Millionen Menschen, nein, an 306 Probanden. 306, that's it. Und dass sich da wenig über die Sicherheit der dritten Impfung aussagen lässt, ist ja garantiert, diese Impfung hat in den USA stattgefunden und die EMA sagt ganz klar, dass es eigentlich unzureichend ist. Trotzdem wurde von der EMA der dritte Impfstoff genehmigt mit dieser bedingten Marktzulassung. Da muss man sich natürlich fragen, ist das eine tickende Zeitbombe oder ist es alles sicher, weil davor schon Milliarden andere die erste und zweite Impfung bekommen haben. Ich meine, es kann eine Überreaktion kommen, wenn man zu viel Impfstoff bekommt in dieser Zeit, etc. Also, wie gesagt, da bin ich wirklich kein Virologe oder Arzt, aber so richtig klasse klingt das nicht. Aber die Spaltung wird weiter vorangetrieben. Hier noch ein schönes Beispiel aus Deutschland und zwar die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalachi hat gefordert, dass man Ungeimpfte meiden sollte. Also vermeiden Sie den Kontakt zu Ungeimpften. Kauft nicht bei, na gut, ihr wisst, was ich meine, aber da fällt mir nur ein wunderschönes Lied ein und zwar von Wolfgang Degenhardt, nämlich Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Und dass Boostern jetzt auch nicht schon hilft, sieht man am saarländischen Minister hier, Innenminister, der hat nämlich dann trotz Boostern dann Corona bekommen. Auch ich kenne einige, die frisch geimpft sind oder auch geboostert sind, die dann doch Corona bekommen haben und das nicht erst nach sechs Monaten, sondern nach zwei, drei, vier Monaten. Also, wie gesagt, es ist einfach, der Impfstoff wirkt überall anders und wir sollten uns nicht versteifen, wir sehen, die Impfung ist nicht die Lösung, wir brauchen andere Lösungen. Fakt ist, ich erwarte eine Impfpflicht, das wird uns erwarten. Ich erwarte wieder einen Lockdown, leider, mit meiner Ansicht nach verheerenden Auswirkungen auch auf die Wirtschaft. Ich würde mich freuen, wenn ich da Unrecht habe, natürlich. Und wichtig ist endlich, die Hospitalisierungsrate, die jetzt schon wieder teilweise in allen einzelnen Bundesländern abgeschafft wird, ist extrem wichtig, die muss man sich anschauen. Aber auch, wir müssen wissen, wer liegt auf den Intensivstationen, wer kommt ins Krankenhaus, mit oder wegen Covid. Das ist ein großer Unterschied. Geimpft oder ungeimpft, wichtig für die Analyse. Und natürlich gab es Vorerkrankungen. Wir brauchen wieder einen Diskurs, wir müssen mit aufeinander zugehen, wir brauchen vor allem, brauchen jetzt Lösungen. Übrigens Lösungen, unbedingt mein letztes Video anschauen, so Lösungen, die ich sehe, für ein besseres politisches, aber auch wirtschaftliches Finanzsystem oder System generell. Und ich glaube, wir sind eher die Pandemie der, ja, Dummheit, die Pandemie der Spaltung und die darf nicht weiter voranschreiten. Die müssen wir definitiv stoppen. Und da kann jeder Einzelne von euch ein Teil dazu beitragen, dem ihr auf die Menschen zugeht, egal ob ihr geimpft oder ungeimpft seid, dass man einfach versucht, gemeinsam zu reden, die Gründe des Anderen zu eruieren und Lösungen zu finden. Denkt an Kimmich, wie wurde der verununglimpft und jetzt hat er doch Recht bekommen. Gab es eine Entschuldigung? Nein. Das heißt, wir haben uns schon verrannt. Die Politik ist nicht mehr bereit, um die Presse, Fehler einzugestehen. Das ist brandgefährlich für uns alle. Das kann wirklich in einem totalitären System enden. Und deswegen auch bald dieses augenöffnende Video mit dem Experten, der diese Studie mit entworfen hat, mit dem PCR-Test, dass der PCR-Test nicht als Grundlage für die Maßnahmen herangezogen werden kann. Und natürlich auch wichtig, das Video mit Norbert Hering zur digitalen Diktatur, die ich leider auch kommen sehe. Alles so digitalisiert. Und es geht gar nicht um Corona und so weiter. Es geht eigentlich um die Transformation zu einem digitalen Geldsystem, zur kompletten Überwachung. Das habe ich im Buch ja auch aufgezeigt, mit dem Zyklen-Kapitel. So, jetzt bin ich natürlich gespannt. Erstmal, wie fandet ihr das Video? Es war extrem viel Arbeit. Ich hoffe, die Fakten haben euch überzeugt. War ein großer Mehrwert für euch. Ich freue mich über euer Feedback. Gebt einen Daumen nach oben. Teilt das Video kräftig. Und dann natürlich, wie ist eure Meinung zu den einzelnen Punkten? Das wäre wirklich spannend. Wir alle wissen, glaube ich, in der Zwischenzeit, dass die Impfungen die Corona-Krise nicht beenden werden. Wenn man sich die Fakten anschaut, muss man auch sagen, die breite Masse wird an Corona nicht sterben. Es ist nicht die Pandemie, die uns am Anfang sozusagen kommuniziert wurde. Zum Glück natürlich. Klar. Fakt ist, Corona ist gefährlich natürlich für Vorgeschädigte, für Menschen mit Vorerkrankungen, für ältere Herrschaften. Das Durchschnittsalter der Toten, die an Corona mit oder wegen Corona sterben, ist über 80 Jahre. Für die meisten Menschen unter 50, die gesund sind, die kein Übergewicht haben, etc. pp. Gut, das sind auch immer weniger in Deutschland. Ich weiß, ja. Werden Corona definitiv überleben. Werden nicht ganz krankend auskommen. haben milde Verläufe oder haben halt eine Krippe. Die Todesrate bei denen, die eingeliefert werden, unter 50 ist auch, glaube ich, weniger als bei der Krippe. Also, weil wir jetzt schon 205.000 Abonnenten haben, deswegen bitte lasst ein Abo da. Lasst uns immer größer werden. Lasst uns finanzielle Intelligenz. Lasst uns logisches Denken. Lasst uns Menschlichkeit voranbringen. Und darum geht es mir ja hier im Kanal. Finanzielle Intelligenz. Und dass wir Nächstenliebe leben, aktiv leben, dass wir eine bessere Zukunft bauen. Das ist möglich, wenn wir gemeinsam an einem Strang sind. Wenn wir die Lügen aufdecken und wenn, ja, die werden sich selbst demaskieren eigentlich. Fakt. Daran glaube ich einfach. Dieses Grundgefühl, diese Intuition habe ich. Daher glaube ich einfach dran. Bleibt tapfer. Wägt ab. Schaut euch alle Fakten an. Hört nicht nur auf eine Meinung. Und denkt immer daran, die Welt da draußen ist besser als immer glauben. Herzlichst, euer Marc. Du hast etwas 생werte, dass ich nicht mehr. Wenn ich nicht mehr. Und das ist besser als immer. Ich vermisse. Vielen Dank.